Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel das Entstehen des deutschen Nationalstaates im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Das Entstehen des deutschen Nationalstaates. In Deutschland hatte sich nach dem 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648 kein geeinter Nationalstaat herausgebildet und so bestand das Land aus zahlreichen kleineren und größeren Staaten wie Österreich, Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Hessen, Württemberg, Baden und so weiter. Man spricht von der sogenannten Kleinstaaterei in Deutschland. Daraus ergab sich eine politische, wirtschaftliche und militärische Schwäche Deutschlands gegenüber geeinten Nationalstaaten wie Frankreich und Großbritannien. Preußen galt seit dem 18. Jahrhundert als einer der mächtigsten Gegenspieler Österreichs innerhalb Deutschlands im Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland. Obwohl der Wunsch der Bevölkerung nach einem deutschen Nationalstaat während der Kriege gegen Napoleon in den sogenannten Koalitionskriegen deutlich geworden war, kam es während des Wiener Kongresses von 1814 bis 1815 nur zur Gründung des sogenannten deutschen Pakt von 34 unabhängigen Fürstentümern und vier freien Städten. Die Führung bzw. den Vorsitz im Deutschen Bund hatte Österreich. Aufstände der Revolution von 1848, 1849, welche unter anderem die Bildung eines deutschen Nationalstaates zum Ziele hatten, konnten von den deutschen Fürsten niedergeschlagen werden. In der zweiten Hälfte des 1900s, 1866, führten Streitigkeiten zwischen Österreich und Preußen, um die vorher gemeinsam von Dänemark eroberten, das war im deutsch-dänischen Krieg von 1864, Gebiete Schleswig und Holstein zu einem Krieg, der unter anderem als deutscher Krieg oder preußisch-deutscher Krieg bezeichnet wird. Während Preußen mit Italien und den norddeutschen Staaten verbündet war, wurde Österreich von den süddeutschen Staaten unterstützt. Das Kriegsziel beider Staaten war die Vorherrschaft in Deutschland zu erreichen. Den Österreichern gelangen zwar Sieg gegen Italien, aber die militärischen Niederlage in der Schlacht bei Königgrätz 1866 im damaligen Habsburgischen Böhmen, heutiges Tschechien, gegen Preußen führte zur Niederlage der Habsburger Monarchie. Folgen des Krieges waren unter anderem der Machtverlust Österreichs, die Auflösung des Deutschen Bundes und Preußen wurde der mächtigste Staat Deutschlands. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1870, begann nach einer Kriegserklärung Frankreichs gegen Preußen der sogenannte Deutsch-Französische Krieg, 1870 bis 1871. Auf deutscher Seite kämpften unter der Führung Preußens die meisten der deutschen Staaten. Nachdem sich die deutsche Armee unter anderem in der Schlacht bei Saintein 1870 durchsetzen konnte, wurde 1871 die Gründung des deutschen Nationalstaates, des deutschen Kaiserreiches, im Spiegelsaal des Schlosses Versailles gefeiert. Deutscher Kaiser wurde der preußische König Wilhelm I. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema der österreichisch-ungarische Ausgleich.